Ich bin Martina, ich bin Flavia, also ich bin Erich und ich sage euch, kommt, ist gleich wie auf allen Vieren, im Rollstuhl, auf dem Liegestuhl. Ich bin Ruth, ich schliesse jetzt die Ausbildung, den Ausbildungsteil ab und kann eigentlich euch wirklich nur empfehlen, so etwas auszumachen. Die Leute, die hier zusammenkommen, das Wissen, das hier zusammenkommt und die Erfahrung ist grandios. Ich bin Brigitte, ich bin Gabi und möchte alle Rollstuhlfahrer motivieren. Ich möchte den Leuten zeigen, dass man glücklich sein kann, trotz Schlaganfall. Und ich bin gespannt, nach meiner Ausbildung auf ganz viele interessante, spannende Menschen zu treffen. Wirklich, dass es immer noch ein Leben gibt, auch im Rollstuhl. Ihr werdet hier angenommen, wie ihr seid und ihr werdet weiterkommen. Wirklich, dass es immer noch ein Leben gibt, auch im Rollstuhl.